Die britische Royal Air Force bombardierte während des Zweiten Weltkrieges zahlreiche deutsche Städte in der Nacht und zerstörte viele von ihnen durch Feuerstürme. Es war die Royal Air Force, die als erste die 1000 Bomberangriffe startete und speziell in Hamburg, Köln und im Ruhrgebiet Stadtteile in Schutt und Asche legte. Das Dritte Reich war gezwungen, viele Ressourcen in die Entwicklung von Nachtjägern, Flak, bodengestützten Radargeräten und in Flugzeugen verbaute Radargeräte zu stecken. Doch zu Beginn des Krieges war die Situation eine völlig andere und ein Schlüsselereignis war das Luftgefecht über der Deutschen Bucht. Werfen wir einen Blick darauf. Heutzutage assoziiert man mit dem Luftkrieg des Zweiten Weltkrieges eine völlig entfesselte und hemmungslose Kriegsführung. Tatsächlich aber begann der Luftkrieg damals mit Vorbehalten und einer Rücksichtnahme, die man auch heute durchaus vorfindet. Was einmal wieder beweist, dass Kriege mit zunehmender Dauer zunehmend schlimmer werden. 1939 galten sowohl bei den Deutschen als auch bei den Briten Luftangriffe auf Städte als unangemessen und inakzeptabel. Angriffe galten ausschließlich militärischen Zielen, speziell zu Beginn der Operationen waren eigentlich nur Angriffe gegen Kriegsschiffe auf hoher See gestattet. Selbst die Bombardierung von Schiffen in ihren Häfen galt als riskant. Das Vermeiden ziviler Opfer hatte auf beiden Seiten hohe Priorität. Nach einigen Angriffen deutscher Bomber gegen britische Kriegsschiffe in Scarpa Flow und dem Firth of Forth leitete die britische Royal Air Force Vergeltungsangriffe ein. Am 14. Dezember 1939 attackierten zwölf Wickers Wellington Bomber die Leichtenkreuzer Leipzig und Nürnberg in der Deutschen Bucht. Der Angriff war allerdings wenig erfolgreich. Zudem gingen von den zwölf Maschinen insgesamt sechs verloren. Gegen Mittag des 18. Dezember 1939 versuchten die Briten den Angriff zu wiederholen. Ziel waren alle deutschen Kriegsschiffe, die man in der Deutschen Bucht antreffen würde. 24 Wickers Wellington Bomber griffen ohne Jagdschutz an. Sowohl die Briten als auch die Deutschen gingen damals davon aus, dass Jagdschutz nicht notwendig war und die Bomber sich im geschlossenen Verband durchaus gegen angreifende Jäger verteidigen konnten. Eine These, die sich bald als falsch herausstellen sollte. Relativ früh wurden die Bomber von deutschen freier Radargeräten erfasst. Allerdings war die Kommunikation in den verschiedenen Dienststellen der deutschen Luftraumüberwachung damals noch langsam und schlecht. Erst als Beobachter auf Helgoland den angreifenden Verband sichteten, allerdings seltsamerweise doppelt so viele Maschinen meldeten als einflogen, wurden einige, aber wiederum nicht alle Fliegerhorste informiert. 32 Me-109 Jäger und 18 Me-110 Zerstörer wurden gegen die britischen Bomber eingesetzt. Doppelt so viele hätten zur Verfügung gestanden. Werfen wir kurz einen Blick auf die technischen Daten der eingesetzten Flugzeuge. Die Vickers Wellington war ein zweimotoriger mittlerer Bomber der Royal Air Force. Sie wurde während der 1930er Jahre entwickelt und war in den ersten Kriegsjahren eine der Hauptwaffen der britischen Luftwaffe. Ab etwa 1943 wurde sie jedoch durch neue Modelle ersetzt und bekam sekundäre Rollen zugewiesen. Trotzdem wurde sie bis 1945 produziert, mehr als 11.000 Stück wurden gefertigt. Die Wellington hatte eine Besatzung von 6 Mann und ein maximales Startgewicht von knapp 13 Tonnen. Sie war 19,69 Meter lang und hatte eine Spannweite von 26,27 Metern. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 378 Stundenkilometern, was für die mittleren 30er Jahre recht hoch war. Der Bomber war mit 6 bis 8 Maschinengewehren vom Kaliber 303 bzw. 7,7 mm ausgestattet, hatte jedoch mehrere tote Winkel, die von deutschen Jägern schnell ausgemacht und ausgenutzt wurden. Das Kaliber der Abwehrbewaffnung war zudem zu gering, um ausreichend schnell Schaden zu verursachen. Maximal zwei Tonnen Bomben konnte die Wellington tragen. Neben der Abwehrbewaffnungsschwäche kam ein Mangel an selbstverschließenden Treibstofftanks dazu, was zur Folge hatte, dass an den Tanks getroffene Bomber schnell in Brand gerieten. Auf deutscher Seite wurden Mäh-109-Jäger vom Typ C und E eingesetzt. Die C-Variante besaß einen 700 PS starken Motor und war mit vier 7,92 mm Maschinengewehren ausgestattet. Zum Zeitpunkt des Gefechts war die C-Variante bereits veraltet und auf dem Rückzug. Die Variante E besaß einen 1.100 PS starken Motor und war somit schneller, aber auch schwerer. Die E-Varianten waren mit zwei 7,92 mm MGs und zwei 20 mm Maschinenkanonen bewaffnet. Die Maschinenkanonen erwiesen sich als effektiver gegen feindliche Bomber als die normalen Gewehrkaliber MGs, neigten allerdings zu Ladehemmungen und hatten auch andere Schwächen. Die Mäh-109-C erreichte 470 Stundenkilometer, die Mäh-109-E sogar 560. Beide waren deutlich schneller als die britischen Wellingtons. Die Mäh-110-C-Zerstörer, die ebenfalls eingesetzt wurden, waren größer und schwerfälliger als ihre einmotorigen Mäh-109-Pendants. Ihre Maximalgeschwindigkeit lag bei beeindruckenden 560 Stundenkilometer, allerdings benötigten sie länger, um diese zu erreichen und ihre Wendigkeit und Steigfähigkeit ließ zu wünschen übrig. Allerdings war sie mit vier 7,92 mm MGs und zwei 20 mm Maschinenkanonen schwer bewaffnet und von ihren Flugeigenschaften her einem Bomber klar überlegen. Gegnerischer Jagdschutz hätte die Mäh-110 erfolgreich auf Abstand halten können, aber diesen gab es ja nicht. Der Luftkampf verlief recht einseitig. Der britische Bomberverband wurde schnell zusammengeschossen. Die Bomber hatten kein Ziel erfolgreich angreifen können. Für Kontroversen sorgten allerdings lange Zeit die Zahlen. Sowohl die eingesetzten Flugzeuge als auch die Abschüsse und Verluste waren lange Zeit unklar. Auf beiden Seiten wurde angegeben, dass die Feindseite wesentlich mehr Flugzeuge eingesetzt und im Kampf verloren hatte. Heute kann man mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass von 22 Wellingtons, die es ins Zielgebiet schafften, zwölf abgeschossen wurden und drei in England eine Bruchlandung hinlegten. Von 32 eingesetzten Mäh-109 gingen drei oder vier verloren, alle 18 Mäh-110 überstanden den Kampf. Nach dem Verlust von mehr als der Hälfte der eingesetzten Bomber verlegte die Royal Air Force ihre Angriffe in die Nacht. Die These, dass die Bomber sich gegen Jagdangriffe alleine verteidigen konnten, starb einen schnellen Tod über der deutschen Bucht. Langstreckenbegleitjäger standen nicht zur Verfügung, es blieb also nur die Option von Nachtangriffen. Aufgrund fehlender Vorbereitung, passender Flugzeuge und Technik wurden diese jedoch erst ab 1942 wirklich effektiv. Die deutsche Luftwaffe erkannte ebenfalls, wie verwundbar Bomber ohne Jagdschutz waren. Allerdings wurden keine Konsequenzen gezogen. Allgemein wurde die Schwäche des Bombertyps Wellington sowie das Fliegen in langsamer, starrer Formation bei bestem Wetter in mittlerer Höhe durch die Briten kritisiert und ausgenutzt. Die Luftwaffenführung war sich sicher, dass die deutsche Tagesluftabwehr ausreichend ausgestattet und organisiert war. Tatsächlich wurde sie jedoch erst 1942 wirklich herausgefordert und sah sich dann mit zahlreichen Mängeln und Problemen konfrontiert. Während der Luftschlacht um England im Spätsommer 1940 erlitten deutsche Bomber übrigens das gleiche Schicksal wie die Wellingtons über der Nordsee und auch die deutschen Bomber gingen zu Nachtangriffen über. Vor dem Krieg hatte der britische Politiker Stanley Baldwin den Satz geprägt The Bomber will always get through, also der Bomber wird immer durchkommen. Romantische Vorstellungen, zum Beispiel, dass dichtgestaffelt fliegende Bomber wie Crumbles Reiter sich gegenseitig schützen und eine undurchdringliche fliegende Festung darstellen würden, folgten. Die harte Realität war aber, dass der Jäger immer durchkommt und der Bomber Jagdschutz benötigt. Britische, deutsche und amerikanische Bomberbesatzungen litten sehr unter dieser falscher Vorstellung und erst die Einführung von Langstreckenbegleitjägern, speziell der amerikanischen P-51 Mustang, behob diesen Missstand. Das Luftgefecht über der deutschen Bucht zerstörte also nicht nur einige Bomber und Jäger, sondern auch in der Theorie geborene Luftkriegsstrategien und unbewiesene Behauptungen. Militärs und Politiker sollten hieraus die Warnung berücksichtigen, dass in Frieden und Theorie geborene Strategien und Thesen mit Vorsicht zu behandeln sind, denn im Fehlerfall bezahlen Soldaten mit ihrem Blut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.